Anna Hünke ist Künstlerin, die das Fotografieren und Malen miteinander verbindet. In der Ausstellung Münster Pix & Paint zeigt sie die Stadt aus ihrem Blickwinkel. Wir haben sie in den Räumlichkeiten von Optik Nevels besucht, bei der wir auch ihre Bilder bestanden konnten. Mein Name ist Anna Hünke und ich darf hier meine Bilder ausstellen. Das hatte ich vor zwei Jahren schon mal. Da kam dann ein ganz passender Lockdown, sodass natürlich keine Kundschaft mehr kommen konnte, um sich Bilder anzugucken. Und jetzt habe ich freundlicherweise nochmal die Möglichkeit bekommen und habe jetzt seit Anfang Januar etwa die Bilder hier hängen. Aufnahmen von Straßen, Gebäuden oder Seen aus Münster. Man erkennt, dass dieser Ort für sie eine besondere Bedeutung hat. Also Münster ist die Stadt, in der ich geboren bin und ich bin tatsächlich ziemlich Lokalpatrikotin. Ich bin auch immer hier gewesen, hier geblieben und hoffe, das bleibt auch in Zukunft so. Und das sieht man, glaube ich, auch in den Bildern. Die Bilder sind doch überwiegend sehr Münster-lastig und Münster hat eine ganze Menge Facetten und man kann immer wieder was Neues entdecken. Das ist ganz, ganz spannend, auch gerade für die Fotos, die man dann macht. Gehen dir auch manchmal die Ideen aus? Zum Glück nicht. Meistens habe ich zu viele Ideen. Das ist eher das Problem, dass der Tag zu wenig Stunden hat. Die Fotos sind ein großer Teil ihrer Kunst. Doch wie kam es dazu? Die meisten Fortschritte habe ich gemacht, als ich mir die Kamera gekauft habe. Also nicht mehr mit dem Handy fotografiert habe, sondern wirklich mit einer richtigen Kamera. Und da dann irgendwann auch einen Kurs gemacht habe, um rauszufinden und zu lernen, wie man die tatsächlich richtig bedient und nicht nur im Automatikmodus Fotos macht. Und da hat sich doch einiges getan im Laufe der letzten Jahre. Anna Hünker, Lokalpatriotin und Künstlerin. Mit einem Gespür für das richtige Bild fängt sie spannende Momente ein. Ein Besuch der Ausstellung ist sehr lohnenswert. Diese kann man noch bis zum 23.04.2022 in Optik Nebels besuchen, welches von Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr und am Samstag von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017